Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge MacWarrior 5 Clans. Wir spielen weiter mit der Kampagne und haben diesmal eine Missionsauswahl, mal vier verschiedene die wir auswählen können. 65 Tonnen, 340 Tonnen, 75 Tonnen, 55 Tonnen. Oh, 340 Tonnen an. And who is supplying them. If we can find out who the party or parties are that are arming these upstarts, we can disrupt the supply chains and draw them out. Do we know where to look? I was provided a list of local defense contractors known to do business with the DCMS in the past. I passed it along to your watch for review. Following up on the Demi presenter's intel, we have employed aerial surveillance probes to sweep every inch of the region these contractors operate out of to try and find targets of interest. Based on these sweeps, we have identified facilities across this region that could be utilized as makeshift logistic centers. That is good news. Cobalt, you will be dropped into the AO and investigate the suspected strongholds. Extract all intel you can find on these groups. If they are assisting in system partisans, bringing the team to heal, could choke out the malicious armed suppliers. It will be done, Stark Colonel. Ja, gut. Dann schon mal. Zehn Tonen drunter. Hab ich irgendwas für dich wechseln konnte. Hab ich hier noch was schwereres Hellbringer. Ah, ich hab noch einen Hellbringer. Dann kriegt Ezra einen Hellbringer. Kann Ezra damit was anfangen? Ezra kann ein bisschen was damit anfangen. Gut, dann droppen wir nämlich mit Max Tornich. 340. Deploy. Dragon's Rift Mountains. Auf geht's. Dann damit muss ich Wasserfl teseln. Nee, nicht Absicht pulled. Auf geht's. Nach deinem gehst wird mulheres Tag. Auf geht's. Nachsambring mich. Ja. ich hab noch..." Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, passt auf. Ja. Ah, Information hier. So hintereinander. Nicht. Ne, anscheinend wollen die hier nicht die Information. Okay. Gehen wir mal weiter. Mal schauen was ich hier so jetzt. Zumindest kein Salvage da. Das verändert sich hier noch mit demaving. Wooh. Oh, da kommt ja alles. Hey, den Rücken solltest du mir nicht zudrehen, Kollege. Ja, sorry, das waren Raketen, die ich abgeschossen hatte. Ich schreibe dir dein nächster Faktor, Cobalt. Die Intel aus dem Datavault hat die Routen für die Begründung. Es scheint, dass die Kontrakte, die wir mit einem Luthien-Armour-Works haben, um die Militierung zu helfen. Es ist egal, dass sie uns von hier entfernen. Sie sehen, was Sie können finden. Wir müssen wissen, wo die Verkaufs der Verkaufs sind. Ich habe Augen auf Militial Air Units. Sie haben etwas Feuerpower in der Herzen. Ich bin der Fall. Sie wissen, dass wir hier rumschieren können. Sie glauben, dass wir hier rumschieren? Ja, das war ein Fisch. Ja, das war ein Fisch. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Sie wissen, dass wir hier rumschieren. Du glaubst, dass du dich mit dem Hörst und Geheimnis zu finden, wie es? Boom! Missiles away! Hier ist zu. Kleine Waffen aber in der Menge her macht die echt Schaden. Wenn man sich nicht so kümmert. Oh, 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 oh! Überraschung dem da. Ja, sorry. Gibt Giげ! Ein Fehler! Oh, bakt es? . De gut. Einfach ein bisschen still. Oh, geschlossen. Hm. So. Die Mix haben schon ein bisschen was eingesteckt. Von Naomi. Echt? Wo? Sehe nix. Scorpion Light Tank. Lass geht schon noch. Oh, mello. Ground vehicles. Oh, mello. Oh, wow. Target destroyed. Aresor. Incoming. Target destroyed. New target. Target. Da kommen wir vorbei. Schraubt euch mal den da. Ja, ich frage, ob der Jäger nochmal zurückkommt. Oder nicht. Ach, da wird natürlich der Status angezeigt. Dem fehlen bald beide PPCs. Der sieht auch schon immer so gut aus. Hier oben ist tatsächlich nur ein bisschen Armor. Ein bisschen ist gut. Bisschen die Armor runtergeschält. Und die hat keine Munition mehr. Aber das sind Sachen, die sind nicht so schlimm. So. Äh. Hier geht mal eben alle da hin. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger vorbilden hier. Ja. Gibt es den Paypoint noch nicht aktualisiert? Ja. 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 Ich stehe gerade noch etwas unpraktisch hier so mittendrin. Sehr gut. Ein Large und zwei Large, drei Mediums in den Rücken ist definitiv unangenehm. Rutsch. Zwei. Du kannst da rein. Und du kannst da rein. Aber in die Vitoils da weg. Im Leben geschossen. Sehr gut. Du kannst da mal zwei Freunde die wieder etwas besser aussehen. Sehr schön. Ja sind wir dabei. Sind wir dabei. Sind wir dabei. Eine Spider. Bist du. Du kannst da rein. Werden? Unsch shrink. Fähig. Dann von der Zinschreitung. Dann von der Zinschreitung. Die Zinschreitung. Die Zinschreitung. Drei. Drei. Sie werden uns zerstört. Mein Gott, nein. Gibt es auch nicht. Es geht nicht. Die Maschinen werden nicht aufbereitet. Wir werden sie immer aufbauen, bis sie die Nachricht bekommen, oder dass niemand auf der Seite stehen. Da haben wir noch was zum Scannen. Salvage, ok. Irgendwie bin ich der Meinung, das sieht nicht gut aus hier. Viel zu viele Halbstofftanks. Ne, den da. Erstmal den. Und den Sugar Rock. Sessen. Das war's. Keine Raketen mehr. Ah. Diddy ist auch alle weg. Ob ich hier noch einfach das Salvage gibt. Laufender Salvage gibt. Au. Genau. Immer bleibt hier hinten. Schafft ihr. Sehr gut. Sehr gut. Und da haben wir da. Wolverine. Oh scheiße. Mein linker und rechter Torse sehen echt nicht mehr allzu gut aus. Ich sollte mich definitiv ein bisschen zurückhalten. Oder mehr im Hintergrund sagen wir mal so. Ah. Gut. Gut. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Trotzdem mal eben ganz fix gucken. Ob wir hier nicht wieder irgendwie Salvage oder sowas finden. Nicht durch die Treibstofftanks laufen. Jetzt sieht aber nicht so aus, als ob es hier noch irgendwie Salvage geben würde. Und ab zum Pickup Zone. Und ab zum Pickup Zone. Und ab zum Pickup Zone. Ich würde mir vorstellen können, dass jetzt hier noch irgendwas kommt. So ein Mission Design. Stand by for orders. Ja. Hol den. Oh. Aber das Schöne ist, wir kämpfen im Wasser. Der Meister hält nicht ewig aus, wenn man ihm in den Rücken schießt. Oh ja Leute. Niemand wird einem so lange den Rücken zudrehen. Ja. Sehr schön. Jetzt ein bisschen armlos hier rum, Kollege. Ja. Oh. Du hast nur noch ein Stück Torso verloren. Weniger gut. Oh ja ja. So. Level 11. Gargoyle freigeschaltet. Okay. Facility Science Lab. Chassis Milestone. Watter man hier. Der Hellbringer hat Mechgills und Medium. Er kills und hews this Chassis. mad dog hat complete milestones, heavy mech kills, marketplace, battle max, unlock, den gargoyle dann haben wir den da drin, small, also ein energy hard point, zwei ballistic hard points 3 sm6, schlecht ist er nicht, glaube ich und wir haben ja die möglichkeit, wir kriegen ja einen direkt so, ich will nicht marketplace, ich möchte in die megbay, wir gucken uns mal eben schnell den gargoyle an, wenn ich ihn finde gargoyle, edit, loadout, was haben wir denn da, in den torso ist beides nix, das ist alles nur arme hat ja auch nur zwei lbx 5er und eine sm6er hmmm center werden zumindest zwei kleinen energyds man könnte mehr mit misshalts und kann man auch seien lassen um die Clarke nur arme, nur arme, nur arme, der details nur in arve und center d'hose ich glaube da bleibe ich lieber ist noch bei dem was wir haben warten wir auf die sachen oder auf die mensch wieder noch kommen nachquatsch auf marketplace bett unlocks und zählen steht sich noch warok executioner und dire wolf daher muss man nicht überreden das natürlich ordentlich feierbar viel gewicht viel platz executioner dürfte auch noch ganz gut am platz haben wir gucken hier linke arme rechter torso aus zwei machine und zwei latsch laser ein weiter hat aber auch schon wieder und der warhawk bringt 4i apvc ja natürlich wird muss man halt nur auch gekühlt kriegen das andere problem aber sei es drum wird ist gucken wir mal eben schnell hier rein zwei technicians die nichts zu tun haben gehen wir jetzt science lab research da läuft ganz gut was aber ich werde glaube ich noch mal ein paar scientists dazu holen das heißt es geht auch noch mal alles schneller 2000 punkte in five cycles also bis zur nächsten mission und da kommt zumindest ein bisschen was zusammen ja da müssen wir auch noch mal reingucken so aber mit einer der nächsten drei missionen pin down voices of the past und no holds barge machen wir beim nächsten mal weiter wir sehen uns tschau